ich glaube die Polizei hat neue Fahrzeuge oder auch doch nicht und es sind noch immer die gleich guten wie früher aber ich habe irgendwie Lust auf so eine richtig gute Polizeimaschine und da fahren wir oder ich baue sie ein geht natürlich beides komm schon, gib mir Gas oh yeah, motherfucker so, mal sehen, ganz vergessen, wir haben neue Verbesserungen Festungen Bezirkseinnahmen pro Stunde oh 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 du bekommst nur noch einen Bonus von 5% auf den Stück oh das gefällt mir Bandenfähigkeiten oh, ja, nee, lass mir ah, Schaden Schadenkugeln 3 nee, Fähigkeiten mal sehen irgendetwas Nützliches ja, Sprinterhöhen 2 wäre nützlich, aber weiß nicht Boni Bonus Respekt ich glaube auf den könnten wir na gut, ich glaube den holen wir uns einfach mal so weil wir es gerade können so, und übernehmen wir haben noch immer 8.000 Dollar wir haben noch immer 8.000 Dollar wir haben noch immer 8.000 Dollar mal sehen können wir beim Kampf noch etwas hier die Schrotflinte die nehmen wir noch warum spiele ich eigentlich oh, ja, gerade weiß ich schon wieder weiß ich schon wieder gut ich weiß schon wieder warum ich gerade mit dem Gamepad spiele weil ich ja noch auf dem auf dem Motorrad sitze so, nehmen wir mal von Angel den versuchten Betrug glad you called if you gonna be taking on the luchadors you need to be ready I'm always ready for a fight I'll be the judge of that think I can handle myself come to my gym and we'll see ach ja gut, dann wollen wir mal zu Angels Casino ja, ja, schon gut versucht mich nur abzuschießen ihr schafft es ja doch nicht und ich generiere hier inzwischen meine Geisterfahrer Erfahrungen ach ja schön hier eine wunderbare eine wunderbare Aussicht von hier oben alle schon knapp verfehlen dass sie sich bis ins Hüchchen reinscheißen ja, ja das könnte ja schon fast ein kleines Level abgeben soweit wie wir hier schon sind oh yeah Geisterfahrer Distanz Geisterfahrer Distanz Geisterfahrer Distanz was war jetzt? naja, ich hätte mal gesagt ich rauche smart eine smart während ich smart in meinem smart eine smarte smart rauche und dabei smart in meinem smart smart sitze und smart rauche da ja ja gut bei so etwas hätte ich aber auch Lust auszuweichen wenn mir so ein Ding entgegenkommt ganz vergessen wieder das Radio auszuschalten sonst wird sich ja wieder ins Hüchchen geschissen ja so ist das nicht wahr na gut 1.000 Dollar weiß ich nicht hier ist so ich muss aufsteigen steig ich halt kurz aus und zählen nach ja gut 10.000 ja, das ist nicht genug Geld äh danke er ist nicht mal stark genug diese Dinge hier wegzuschieben glaube ich spinne das ist ziemlich deprimierend muss ich schon sagen aber naja jawoll eine gefundene Abkürzung 15 von 50 erst ach die Scheiße ich glaub das wird noch ein bisschen dauern ja gut kann man mal machen einfach hier so ein bisschen Armut fahren und der Polizei natürlich auch noch mal rein und da sind wir natürlich auch schon wieder so jetzt aber oh yeah ja wow god damn warum du liveest du das sch*** das was du das was du 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 Das hört sich doch spannend an. Ähm, Puppenflug. Ah, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Das ist der Versicherungsbetrug. Oh, ja, motherfucker! Na, na, ich warte. Ich warte meine lieben Freunde, so fahrt mich doch über den Haufen. Ich erbitte euch! Schiebt mich über den Haufen, wie ihr es noch nie getan habt! Ja! Ja! Genau so! Ja! Oh ja! Das gefällt mir! Ich fand ja die Beschreibung sehr mitfühlend. Du musst dich den Schmerzen aussetzen deines Lebens. Also irgendwie sagt er ja. Das fand ich schon sehr inspirierend. Speed Limit Duschback. Wir haben ja genug Zeit, da kann ich einmal ganz gemütlich dort rüber joggen. Oh! Okay. Ganz vergessen. Zeigt offenbar nur an, wo diese Kreise sind. Da bleiben wir doch lieber hier. Kommt hier irgendwo so ein Sack? Sobald du deine Adrenalin-Anzeige gefüllt hast... Sobald du deine Adrenalin-Anzeige gefüllt hast... Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Fuck yeah! Oh yeah! Fuck yeah! Will ich schon fest sagen! So gefällt dir das! Oh yeah, motherfucker! Benni Florigi J Oh yeah. Oh yeah! Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah! Die Bullen, oh yeah. Ja, ich spreche dir um Verzeihung. Na gut, da haben wir wieder einen Hauptfragen gehalten, sehr für die Respekt. Und natürlich die Luchadores geschwächt. So, was kommt jetzt? Tabulator, ja sehr schön. Und der nächsten Auftrag. It's the eye of the tiger. Ja, ich weiß. Rhythmisch. Mehr als falsches Arbeiter. Oh yeah, motherfucker. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, motherfucker. Ach komm schon, die 25 Kills hier, die müssten wir eigentlich noch voll machen. So. Nämlich. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, motherfucker. Oh yeah, motherfucker. Und rein da. Und auch rein da. Rein. Und da fahren wir doch einfach los. Und natürlich schalte ich wieder hier das Radio aus, damit sich keiner ins Föslein macht. Oh ja. Also wirklich, das ist Beamtenbeleidigung hier rein zu fahren. Gut, hier expliziert es ein bisschen, aber ja, da kann man darüber hinweg sehen. Na, fahr rechts ran! Fatze! Oh, ich bin schon vorbei. Ich glaube da hat einer ein Granatwerk oder irgendetwas in dieser Art und Weise. Na ja, wie dem auch sei, wir sind anwesend. Ja, ich weiß nicht. Wut. De. Fuckin. Hell. Ich brauch die Namen. Da ist etwas zu wörtlich mit dem Eye of the Tiger. Oh, scheiße. Einfach mal alle hier über den Haufen fahren. Ich glaub der hat mich hier zum Fressen gern. Oh, ich bin gemerkt. Oh! Da geht's! Ja, ja, der hat mich mehr als zu fressen lieb. Oh, ja. Oh, scheiße. Ja. Das ist leichter gesagt, das ist getan, mein Liebster. Ich häng hier ein bisschen fest. Und hab hier einen Grafikfehler. Ich hab dich hier einen. Ja, ich befürchte, nachdem ich mich umgesetzt habe, muss ich diese Mission neu starten. Denn ich kann nicht aussteigen aus dem Fahrzeug und ja, der Tiger hat mich halt zum Fressen gern. Oh, der wird sich keinen Millimeter. Ja. Die schalte ich nur so. Das passiert auch nicht. Ja, ne. Keine Meter. Ähm. Ich glaube, nochmals oder beenden. Bist du sicher, dass du diese Aktivität verlassen möchtest? Du Fortschrittsherriff? Ja. So. Tiger ist Korte. Und er erneut. Diesmal sollte es aber funktionieren. Frage schnell und sicher, denn wenn der Tiger fliegt, bleibt und Mut steigt. Ja, es würde leichter gehen, wenn ich hier nicht dauernd angepackt werden würde von dem Tierschutzverband. System Her оказthing. Name vorbei um scho, wir machen. Und weg hier! Oh, nee. Komm schon, komm schon, komm schon! Komm schon, 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 komm schon. Schalte ich mal wieder hier aus der Power Slide scheint ihn zu beruhigen Acht komm schon Na auf mich aufzufressen Lass mir mal den Mut ansteigen Lass mir mal den Acht komm schon wieder zuerst die Wahl an der Mund er steigt an der Kinder wird mutiger so lange bis er uns das Auge des Filters gibt besser gesagt beschlachten das Ding neben ihm bei lebendigem Leibe noch das Fell ab und nicht zu vergessen Schlitzen wir noch sein Auge heraus so wie sich für jeden dir lieben Kollegen hier gehört oder was sagt er so das hört sich doch spitze an oder ach 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 das ist schwerer hier zu lenken als man denkt aber naja der Mutbalken ist gleich einmal voll und ich bin jetzt wahrscheinlich nach dieser Aufnahme auch oder